Vorlage, Infobox-Verband, Wartung, Mitglieder, FETI Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich ist als Körperschaft öffentlichen Rechtsoffizielle Vertretung und zuständig für die Verwaltung der religiösen Belange der in Österreich lebenden Muslime. Die Ägier konstituierte sich 1979 als anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich aufgrund des Islamgesetzes von 1912. Das auf dem Anerkennungsgesetz von 1874 basiert und das von der Islamverordnung von 1988 präzisiert wird. Neben der Ägier existieren weitere islamische Organisationen in Österreich, die teilweise in ihrem Beirat vertreten sind. Mit der Islamischen Alevitischen Glaubensgemeinschaft wurde 2013 eine weitere Religionsgemeinschaft offiziell anerkannt. Organisation Die Ägier hat als Exekutivorgan den Obersten Rat, als legislatives Organ den Schurer Rat und als geschäftsführendes Organ die Gemeindeausschüsse der vier Religionsgemeinden Wien, Linz, Bregenz und Graz. Alle vier Gemeindeausschüsse bilden zusammen den Schurer Rat. Die mindestens 16 Mitglieder des Schurer Rates wählen aus ihrer Mitte die zwölf Mitglieder des Obersten Rates, aus dessen Mitte wiederum der Präsident der Ägier gewählt wird. Das einzelne Mitglied kann den Schurer Rat, den Obersten Rat, den Mufti und den Präsidenten der Ägier nicht direkt wählen. Die Verfassung von 1985 wurde ein 1999-2000 still reformiert, um einen Ägier-Beirat einzuführen. Dem nach Ernennung durch den Schurer Rat die Vertreter verschiedener islamischer Vereine und Verbände in Österreich angehören können und der lediglich beratende Funktionen hat. Präsident der Ägier ist seit 2011 der gebürtiger Türke Fuat Sanac, der der Meligörös nahe steht. Er löst damit den gebürtigen Syrer Anand Schakfe ab, der seit 1999 dieses Amt inne hatte. Vorsitzender des Schurer Rates ist Sekiria Zedini. Mitglieder und Wahlen Laut Artikel 1 der Verfassung der Ägier gehören ihr alle Anhänger des Islams an, welche in der Republik Österreich ihren Aufenthalt haben. Wahlberechtigtes Mitglied ist jedoch nur, wer gemäß Artikel 16 und 45 älter als 14 Jahre ist. In das vom Gemeindeausschuss geführte Mitgliederverzeichnis mindestens sechs Monate eingetragen ist und den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 43.60 Euro zahlt. Laut Artikel 20 finden alle sechs Jahre Wahlen der Gemeindeausschüsse statt, die in Folge in indirekter Wahl das obersten Gremium, den Schurer Rat, dieser den obersten Rat und dieser wiederum den Präsidenten der Ägier-Wahlen. Die letzte Wahl fand 2011 statt und war seit dem April 2007 überfällig. Im Rahmen der Wahlvorbereitung lief seit Juni 2010 eine Mitgliederregistrierung. Bis Anfang November 2010 haben sich mehr als 45.000 Muslime als Mitglieder registrieren lassen, wobei hier die Zahlen von Wien nicht enthalten sind. Laut der Diplomarbeit von Farid Hafez, der Vertreter aller vier Religionsgemeinden der Ägier interviewt hat, haben an der Wahl 2001 insgesamt 5.500 Personen teilgenommen. Reform der Ägier-Verfassung Präsident Schakfi erklärte im Oktober 2006, dass eine Verfassungsreform der Ägier geplant sei, bereits ein Entwurf im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur liege und auf die Bewilligung durch das Kultusamt warte. Durch Ägier-Sprecherin Kala Amina Bagajati wurde bisher Folgendes über die Verfassungsreform bekannt. Zahl der Religionsgemeinden soll auf 8 erhöht werden. Stimmabgabe in jeder Moschee, die mit der Ägier assoziiert ist. Neues Wahlrecht Jede Moschee soll sich auf eine Wahlperson einigen, die diese in den Abstimmungen zu den beiden wichtigsten Institutionen der Ägier vertritt. U. A. Das Budget erstellt und den obersten Rat und den Präsidenten wählt. Der Entwurf der neuen Verfassung wurde im März 2008 vorgestellt. Jedoch vom Bundesministerium an die Islamische Glaubensgemeinschaft zur Nachbesserung zurückgewiesen. Wikipedia Die Amtszeit von Präsident Anand Schakfee ist mittlerweile ausgelaufen. Er amtiert jedoch bis zu den Neuwahlen provisorisch weiter. Im Juni 2009 wurde eine überarbeitete Verfassung vom Schuarrat beschlossen. Im November 2009 wurde die neue Verfassung der Islamischen Glaubensgemeinschaft vom Kultusamt im Bildungsministerium genehmigt. Aufgaben Zu ihren Aufgabenfeldern zählt die Ägier unter anderem die Errichtung und Verwaltung islamischer Friedhöfe. Service bei muslimischen Angelegenheiten wie Eheschließungen nach islamischem Ritus. Ausstellung von Bescheinigungen oder Beaufsichtigungen von Schächtungen sowie die Organisation von Symposien und Imamekonferenzen. Dem interreligiösen Dialog, Besuchs- und Sozialdienstanspie, Tälern und in Haftanstalten. Islamunterricht an Schulen und der Ausbildung von Islamlehrern islamischer Schulunterricht Islamischen Religionsunterricht an den Schulen gibt es seit dem Schuljahr 1982-1983 still. Im Jahr 2007 erteilen ca. 350 Islamlehrer rund 48.000 Schülern Religionsunterricht, 55% der muslimischen Schüler melden sich aber vom Unterricht ab. Der Religionsunterricht wird in Pflichtschulen und höheren Schulen als Pflichtfach angeboten. Es ist möglich, im Fach Islamische Religion zu maturieren. Im Januar 2009 gerieten die islamischen Religionslehrer öffentlich in die Kritik. Nachdem der Islamwissenschaftler Muened Korchidi in einer Studie zum Schluss kommt, dass ein Teil der Islamlehrer Demokratie ablehnt, weil sie sich nicht mit dem Islam vereinbaren lasse, Islamische Religionspädagogische Akademie. Der private Studiengang für das Lehramt für Islamische Religion an Pflichtschulen in Wien bietet ein Bachelor of Education Studium für islamische Religionslehrer in Österreich. Studierende erhalten eine wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Lehrerausbildung auf Hochschulniveau, sowie islamisch-theologisches Wissen, pädagogisches und didaktisches Fachwissen und Informationen zum Schulrecht. Leiterin ist die Theologin und Religionspädagogin Amina Shakir. Aktuell werden 220 Studierende unterrichtet. Der staatlich anerkannte Studiengang wurde 1998 als Islamische Religionspädagogische Akademie gegründet und wurde infolge der Neugestaltung des Hochschulwesens aufgrund des Bologna-Abkommens zu einem privaten Studiengang im tertiären Sektor weiterentwickelt. Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Bewerber des Studienganges müssen sich einem Aufnahmeverfahren unterziehen, in welchem sowohl ihre sprachlichen Fähigkeiten als auch pädagogische Begabungen festgestellt werden. Außerhalb des regulären Studiums finden im monatlichen Rhythmus öffentliche Vortragsveranstaltungen statt. Etwa vom Dekan der katholisch-theologischen Fakultät Martin Jäckle, wie etwa auch vom Musiker und Künstler André Stern, aber auch dem US-Botschafter William Itchow. Seit dem Wintersemester 2007-2008 haben Absolventen die Möglichkeit, an der Universität Wien ein Masterstudium Islamische Religionspädagogik zum Religionslehrer für höhere Schulen zu absolvieren. Islamisches Religionspädagogisches Institut Das Islamische Religionspädagogische Institut ist in Österreich für die Fortbildung der rund 350 islamischen Religionslehrer zuständig. Die jährlich zu mindestens 24 Stunden Schulung verpflichtet sind. Im Frühjahr 2006 wurden vier von fünf Religionslehrern an Schulen in Wels von der zuständigen Landesschulinspektion zum Deutsch lernen verpflichtet. Seit der Institutionalisierung der Islamlehrer-Ausbildung dürften solche Fälle eigentlich nicht mehr vorkommen. Seit der Gründung des IRPI im Jahr 2003 ist Amir Zaidan dessen Leiter. Finanzierung Die IGÖ wird für die Verwaltung des Religionsunterrichtes an den österreichischen Schulen mit Geldmitteln durch die öffentliche Hand finanziert. Die Gehälter von Islamlehrern, Schulfachinspektoren und Dozenten an IRPA und IRPI bezahlt der Bund. Die Finanzierung des Islamischen Friedhofs Wien in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro wird fast ausschließlich von Großspendern getragen, darunter des OPEC-Fonds und die Botschaft von Katar. Von der Möglichkeit zur eigenen Steuererhebung macht die IGÖ nicht Gebrauch. Sie erhebt jedoch einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 43,60 Euro. Moscheen und Gebetsräume werden nicht von der IGÖ finanziert, sondern durch Beiträge und Spenden der jeweiligen Vereine. Kritik Es wird kritisiert, dass die IGÖ ihrem gesetzlichen Auftrag der offiziellen Vertretung aller in Österreich lebenden Muslime nicht ausreichend nachkomme. Denn einige islamische Richtungen wie Ahmadiyya, Al-Effiten und Schiiten fühlen sich durch die Glaubensgemeinschaft nicht oder nur unzureichend repräsentiert. Die Al-Effiten haben seit Ende 2010 eine eigene staatlich anerkannte Bekenntnisgemeinschaft, die 2013 zu einer Glaubensgemeinschaft aufgewertet wurde. Im Herbst 2008 erschien in einem Handbuch des politischen Islam eine Kritik junger säkularer Muslimas anführenden Funktionsträgern der Glaubensgemeinschaft, insbesondere an Amir Zaidan, Adnan Ibrahim und El-Sayed El-Shahed, denen eine inhaltliche Nähe zu demokratiefeindlichen Positionen vorgeworfen wurde. Weiters wurde die IGGiö dafür kritisiert, radikale Kräfte in Österreich zu unterstützen. Unter anderem unterstütze sie einen Prediger, der in einer Moschee in Wien-Leopoldstadt August 2014 zum Dschihad aufgerufen hatte. Die IGGiö hatte den Prediger 2006 noch verteidigt. Der Präsident des IGGiö bezeichnete wenige Wochen nach diesem Vorfall den Einfluss auf radikale Muslime als begrenzt. Der ehemalige Präsident des IGGiö, Anna Schakfe, nannte 2009 Dekasekundenziel der Hamas Israel von der Landkarte zu tilgen eine Utopie und behauptete, man kenne keinen Antisemitismus im Nahen Osten. Die IGGiö unterstützte 2014 eine Anti-Israel-Demonstration offiziell, bei der antisemitische Parolen gerufen wurden.